Dr. Schick am Apparat, ich grüße Sie. Auf die Schnelle. Ich bin Chief Product Director beim Internetkonzern Poppel und Sie haben ja, denke ich, mal in der vergangenen Woche Post von uns erhalten. Wer spricht da? Mein Name ist Dr. Schick. Mein Name ist Dr. Schick. Und was wollen Sie von mir? Ich arbeite beim Internetkonzern Poppel Incorporated Europe mit Sitz in Warschau in Polen, von wo ich auch gerade anrufe. Und Sie müssten eigentlich Post von uns bekommen haben. Ich habe nichts bekommen. Ich wüsste nicht. Wir fotografieren im Prinzip, wie andere auch schon, alle Straßen, veröffentlichen diese Fotos dann im Internet als Straßenkarten, als für Leute, die einfach sich dafür interessieren, wer wo wohnt und so weiter. Oh, da habe ich kein Interesse. So, der Punkt ist, dass am kommenden Mittwoch Ihre Stadt, Ihre Straße dran ist und das wollte ich Ihnen A, noch einmal telefonisch mitteilen und Sie B, bitten an dem Mittwoch nach Möglichkeit, Ihr Haus bzw. Ihre Fassade in gepflegtem Zustand, ja, dass sie sich in gepflegtem Zustand befindet. Das möchte ich aber nicht. Haben Sie ein Problem damit? Welches denn? Nein, ich möchte sowas nicht. Also, wer nicht zu verbergen hat, der hat eigentlich kein Problem mit uns. Nein, ich habe nichts zu verbergen und will das auch nicht haben. Vorschlag, dann zeigen Sie doch, dass Sie nichts zu verbergen haben. Es geht sich ja gar nichts an. Lassen Sie es mich so sagen. Wir verdienen Geld mit den Bildern. Sie haben den Vorteil, dass sich Millionen Menschen im Internet ihr Haus ansehen können. Ja, das passiert mich nicht. Und da denke ich, wir arbeiten mal zusammen. Ja, wir verdienen. Es wäre ganz egal, ich will das nicht. Okay, kommen wir zum Schluss. Dann sage ich mal, bis Mittwoch im Laufe des Tages kommen dann die Studenten mit Ihren Kamerafahrzeugen vorbei. Nichts, ich will das nicht. Nein, nein, nein. Nein, ich verständige die Polizei. Ja, ja. Bitte? Ja, okay. So geht es ja nicht. Ja, ja, ja. Sie können ihn einfach fotografieren und machen und tun. Es geht dir ja gar nichts an. Ja, ja, ja. Ja, ich will meine Ruhe haben. Ich bin schon über die 80. Nein, nein. Doch. Nein, nein, nein. Ich bin schon über 80 Jahre. Ich will meine Ruhe. Nein, nein, nein. Sonst gar nichts. Nein, nein. Was heißt nein? Nein, nein, nein. Sie haben kein Recht, das zu tun. Ja, ja, ja. Doch, das stimmt. Nein, nein. Ich werde mich mit der Polizei in Verbindung setzen. So geht es ja. Nein, nein, nein. Doch. Nein, nein, nein. Was wollen Sie dann machen? Nein, nein. Was heißt nein? Ja, okay. Ja, ja, ja. Schaut Sie denn mein Haus an? Gar nichts. Nein, nein, nein. Mache Reklame mit meinem Haus oder sowas. Ja, ja. Das wollen Sie doch sonst noch nichts. Ja. Also, was geht Sie dann deshalb? Ja, ja, ja. Ich möchte das nicht. Ja, ja, ja. Also, bitte. Richten Sie sich danach. Ja, okay. Fotografieren Sie, wen Sie wollen und welchen Haus Sie wollen, aber uns. Ich möchte das nicht. Ja, ja, ja. Also, bitte. Nein, nein, nein. Ja, nein. Ja, nein, nein. Sag ich auch. Nein, nein. Nein. Nein, nein. Nein. Ja, ja. Nein. Nein, nein, nein. Sie haben gar kein Recht dazu. Ja, ja. Hm, ich weiß. Ja, ja, ja. Lassen Sie das sein? Nein, nein, nein. Oder ich rufe die Polizei? Ja, ja, ja. Ja, ja. Also, sind wir fertig? Nein, nein, nein. Aber was wollen Sie dann noch? Vorschlag, dann zeigen Sie doch, dass Sie nichts zu verbergen haben. Das geht Sie ja gar nichts an, ob ich was ergabe oder nicht. Lassen Sie es mich so sagen. Wir verdienen Geld mit den Bildern. Sie haben den Vorteil, dass sich Millionen Menschen im Internet ihr Haus ansehen können. Und da denke ich, wir arbeiten mal zusammen. Nein.